Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen, wir werden jetzt auf 14. Mission durchführen, heißt aussehen von Mais, kurze Kontrolle, auch stimmt, also Mais, so ein bisschen Geld verdienen, das machen wir mit Kursbeleg, 2 verwandt, ich habe hier zwei Traktoren schon hergebracht, mit Seemaschine, wir werden erstmal einen Kurs generieren hier, mit zwei Fahrzeugen, im Uhrzeigersinn, wenn wir machen, sind keine Fettung zu sehen, Vorgewende machen wir eins, wir machen ruhig zwei, zwei heißt auch für beide Fahrzeuge, also insgesamt vier, zwei Fahrzeuge, erst lassen sie stehen, generieren wir mal ganz kurz, kurz berechnen, ja das ist ganz gut so, wird schon passen, jetzt werden wir den mal einstellen, auf links, das ist der erste Traktor, links, deaktiviert, aktiviert bleiben, in dem Sinne ist das egal, jetzt gehen wir auf den zweiten Traktor, halt hier auch noch einstellen, und zwar schon mal vorbereiten auf den ersten Wegpunkt, vier auf den zweiten, den werden wir nur kopieren, das heißt, 18 Meter, das ist der also schon, kopieren, den stellen wir ein auf rechts, das passt, auch deaktiviert, verbannt noch abstellen, aktiviert ist, das aktiviert, 100 Meter, das passt, ja wenn der Radius vorne mal geklappt, ersten Wegpunkt, so jetzt haben wir, können wir den ersten Weg starten, so, die wollte ich mal schauen, ersten Wegpunkt und verbannt noch kontrollieren, verbannt ist ganz wichtig, dass der aktiviert ist, Düngen brauchen wir eigentlich nicht, weil ich so ein Aushänger angesagt, ist ja im Grunde, würde ich sagen, die werden ja bezahlt fürs Aussehen und nicht fürs Düngen, so, das heißt, wenn man ganz kurz hier, das ist immer deaktivieren, wäre blöd, wenn wir da jetzt Düngen würden, so, und sind wir startklar, einstellen, ich bin ganz schnell zurück, das ist ganz gemütlich, weil da muss ich mal losfahren, und ausklappen, und den auch, sobald der andere losfährt, stellen wir den ein, weil der muss ja auch auf den Weg kommen, sobald er hier an den losfährt, müsste ich jetzt hier erscheinen, 2,2, genau, 2,2, ich fahre einmal, wenn ich im Uhrzeigersinn fahre, immer mit dem linken zuerst, ob es andersrum mit dem rechten zuerst funktionieren würde, weiß ich gar nicht mal, das ist heute noch nie getestet, das ist eine Mission, da ist nicht so tragisch, damit es so aussieht, gut, dann läuft erstmal, das sollte heute in der zweiten Folge, also theoretisch Dienst, äh, 1, 2, 3, ja, für morgen Dienstag vom Verleser, Schaumort haben wir noch drin, wir haben Feld 50, wo ist Feld 50? Feld 28, wenn man gerne vorher schauen, wo ist, 28, das ist, ist mir eigentlich zu weit weg, wohl, das ist genau beim Hof, ne, ja, nehmen wir auch an, egal, 28 ist auch mehr oder weniger, aber ich lege das nicht, außer da, in einer Maschine brauchst du ewig, so, das heißt aber jetzt, wenn wir jetzt einmal den Traktor von da oben, den zwar nicht, da wurde, Meldung kommt, hier ist das voll, also Husten ist ein bisschen besser geworden, also, ja, habe ich den nicht zu vorne gehen lassen, ich glaube schon, weil der Deutz würde auch gehen, hängt er an, nein, gut, das war wohl die Sehmaschine, die noch auf Feldnummer, ums, der auf Feldnummer links liegt, ne, vor der 38, da werden wir erst mal sehen, erst mal anhängen, so können wir ein bisschen unsere Nachbarn unterstützen, und ich verdiene uns ein bisschen Geld, ich will nur schauen, was da raus soll auf dem nächsten Feld, hier haben wir es dreiviertel drei mehr oder weniger, ungefähr, nicht ganz genau, was soll er eigentlich rauf, auf 28 soll, 28, Sonnenblumen, 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 der Sonnenblumen, Ich hoffe nur, dass die entsprechende Menge erreicht, 28 können wir hier vorne anfangen, da brauchen wir nicht gleich weit fahren, da werden wir erst mal die beiden Maschinen hinbringen, und dann beide nach Verband fahren lassen, dauert auch nicht so lange, so, ein bisschen weiter rauf fahren, So, Sonnenblumen, bevor ich das nicht vergesse, die Gefahr ist nämlich da, und dann kriege ich nicht bezahlt, wann die Rolle gemacht wurde, Misthauchen ist voll, Nein gut, das kann ein Fehler sein, so viel Mist kann ich noch gar nicht haben, da sind wir auch hier, da sind wir schon, gedüngt, Wahnsinn, C, Kursgenerierung, 28, 28, brauchen wir noch 2, 2, 2, Ja, aber Rechner muss ein bisschen Zeit aufnehmen, raus, das ist auch schon ein bisschen lange, ein großes Feld, normalerweise, das ist auch ein bisschen lang, ein bisschen lang, das ist gut, das ist nicht gut, können wir noch ein bisschen warten, ja, 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 schlecht. Steht nämlich alles. Ah, das hat er. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Denn hier würde ich mich kreuzen. Das wäre nämlich schlecht. Und da. So, nochmal mal an. Das hier so nicht. Durch die Bäume kommt er nicht durch. Wir haben auch nur einen Vorgewende gemacht. Das ist immer allgemein ungünstig. Wollte es von wetten, brauchen die Platz. Das ist normal nichts. Ein bisschen normal warten. Wir haben Feldinseln aktiviert. Das heißt, dieser Bereich würde er dann separat aussparen. Und dieser Bereich ist etwas auch blöd, in Anführungszeichen. Da ist die... War auch wieder ein bisschen langer, das ist wieder ein bisschen spanisch. Das wäre nicht ganz gut. Ja, da kommen wir noch Kaffling. Und diese Bereich würde der Vorgewende machen, Und das ist ein bisschen langer, das ist eigentlich nicht übernommen. Also dann haben wir noch mal an. Müssen wir auch irgendwann Kurzplay aktualisieren, ist etwas älter, aber es erfüllt die Funktion immer noch ein bisschen. Wenn man so viele Felder sind hier gar nicht mal, von der Fläche her ist hier ein Drittel mit Wald, Ortschaften nehmen auch viel Platz ein, aber wiederum sind wir mit der Landfläche gut bedient. Das dauert jetzt nicht so lange, aber nicht gedrückt, macht keinen Scheiß, habe ich einfach nicht gedrückt, doch ich glaube schon, weil da müsste hier ein bisschen mehr Platz rein nennen. Zwei. Zwei nehmen sollen, na gut. Die hat nur noch mal, macht keinen Spaß, dann wird die Folge wieder anhängen. Denn mit zwei können wir das schon mal aussparen. Da gehen wir mal, diese blöde Ecken hier. Also die Grasfelder haben jetzt auch nochmal. Und dann kann man hier auch sprechen auch als Felder um Mogeln. Das ist auch ein Grasfeld. Zwar bei Feld 54 und bei Feld 53. Da hat keine Nummer. Ist aber manchmal tragisch. Kann es auch so kommen. So nochmal, Junge. Einmal noch. Mit zwei Fahrzeugen. Mit zwei Fahrzeugen. Mit zwei Fahrzeugen. Mit zwei Fahrzeugen vorgewendet. Insgesamt vier. Oder ich müsste hier anfangen, wäre da bisschen besser. ja da auch ein bisschen entschuldige dafür dass ich da nicht besser bin scheint auch wieder probleme zu werden morgen früh können wir dünnen also morgen ist morgen 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 in den tag haben wir auf feld im roh ich glaube 49 und die zwölf dafür nur mit ein kurs nur mit ein kurs berechnen ein traktor und der andere kopiert nur so nee macht ja nicht das ist ja ungünstig wie gesagt und fahren mal da hinten hin und das läuft ja nicht so ne schöne bäume schöne bäume aber lange lange zu tun hier ist auch ein kleiner hügel hier irgendwo muss ja hier auch eine feldzufahrt sein eine richtige reguläre hier fangen wir da ohne straßenecke an da oben fahren wir mal den zweiten fahrzeug hin der missthauben ist voll das nervt der missthauben kann nicht voll sein die anderen haben noch einen platz gerade ein specht gehört die lade die lade die lade der missthauben also nicht das hat mal sehen was er hier berechnet, jetzt werden wir kurz testen Entschuldigung, wird nicht gehen, ja dann machen wir Plan B 2, 2, so liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein, lass uns mal berechnen, dann sage ich mal tschüss und winkel winkel, tschau, tschau, tschau uns morgen an, was der morgen bringt, dann sage ich mal bitte deine tschaui, tschüss